Er hat die Nummer eins nicht nur auf dem Rücken, sondern auch auf dem Ellenbogen, Ralf Fährmann. Sechs Wochen Pause hat er bestens genutzt. Herzlichen Glückwunsch nachträglich zur Hochzeit. Fühlt sich gut an. Ich bin ein Stück weit ruhiger geworden, fühle mich gesattelter und fester einfach und freue mich natürlich jetzt auf die neue Saison. Ich hoffe, dass ich die Ruhe auch mitbringen kann, dann einfach in den Spielen, die jetzt auf uns zukommen. Und ja, wie gesagt, ich bin voller Vorfreude auf die Saison. Ich freue mich riesig und bin bereit, anzugreifen. Eine neue Stabilität also im Privatleben und auch auf dem Platz sind ja Stabilität und Konstanz, Werte, Ziele, die man verfolgen will. Eine der Aufgaben für das neue Trainerteam um Markus Wein zählt. Ja, es ist total positiv gestimmt, bringt sehr, sehr viel Energie mit, was uns, denke ich, richtig gut tut einfach. Es ist natürlich auch jetzt noch nicht so viele Einheiten sind nicht passiert, deswegen kann man noch nicht ganz so viel sagen. Aber Fakt ist einfach, dass wir schon wissen, woran wir arbeiten müssen. Und das hat man jetzt auch in den ersten Einheiten gesehen, dass wir das machen und jetzt das erste Mal malochen, wie man so schön sagt, um eine gewisse Basis zu schaffen.